Guten Abend, Zeit fürs Daily und ja, heute gab es einen kleinen Stream, der war nicht ganz so erfolgreich, wie ich mir das gehofft habe, aber vielleicht sieht es morgen schon besser aus. Wenn alles klappt, werde ich morgen auch wieder ein bisschen lädern, morgen Nachmittag. Vielleicht können wir dann die verlorenen Punkte wieder aufholen. Ansonsten habe ich ein bisschen geguckt mit dem Low Cup Nummer 2. Die Termine sind nicht ganz so einfach. Es läuft so ein bisschen darauf hinaus, dass ich im Prinzip zwei Spiele live habe und zwei von Replays caste, aber diese beiden Spiele, die live sind, nicht an dem gleichen Termin wahrscheinlich live sein können, weil das mit den ganzen Leuten nicht passt. Deswegen werde ich wahrscheinlich morgen oder spiel ins Übermorgen mal sehen, dass ich gucke. Also ich habe die Termine für den Low Cup auch bis nächste Woche ein bisschen reingeplant und deswegen werde ich wahrscheinlich morgen oder übermorgen mal dann gucken, okay, welche Termine kann ich für den Low Cup 3 eventuell ansetzen für die Gruppen, damit die Leute sich da schon mal eintragen können. Und dann werde ich mal schauen, ob ich das zufällig so hinmixen kann, dass ich vielleicht die einzelnen Live-Spiele vor oder nach einer Gruppe vom Low Cup Nummer 3 machen kann und dann das vielleicht jeweils ein zusätzliches Spiel als Replay-Cast dann dranhängen kann oder sowas in die Richtung. Irgendwie so denke ich gerade darüber nach, dass ich das möglichst gut irgendwie zusammenbasteln kann. Vielleicht mache ich auch einfach die zwei Replay-Casts und ein Live-Spiel aus dem Low Cup Nummer 2, damit ich einen geschlossenen Stream habe von Cup Nummer 2 sozusagen und nehme das eine Low Cup 2 Viertelfinalspiel dann, wie gesagt, eine Gruppe von Low Cup 3 und so weiter und so weiter, wer weiß. Das sind so die Gedankenspiele, die ich gerade habe, was das angeht. Dann, was ich noch so auf dem Plan habe, ist die Herausforderung für Marelo. Also, dass ihr andere SpielerInnen herausfordern könnt oder wenn die nicht wollen, dann eben der Win gut geschrieben wird. Wenn zum Beispiel das MMR sowieso unendlich viele Unterschiede hat, dann sagt vielleicht auch der eine oder andere, okay, das brauchen wir nicht spielen und dann regelt sich das so nach und nach ein und dann, ja, hat jemand nochmal geschrieben auf YouTube, wie das eigentlich, dass vielleicht hoffentlich mal Sponsoren an den Start kommen und ich hoffe das auch. Und ich habe vor drei Wochen ungefähr schon wieder einige angeschrieben, aber ich habe nur von einem gehört, ey, die Budgets für dieses Jahr sind schon komplett verplant. Ansonsten habe ich nichts gehört, also wirklich nichts. Und deswegen ist das vielleicht noch so ein kleiner Anstoß, dass ich da vielleicht morgen, übermorgen auch nochmal so ein bisschen schaue, auch bei den Regionalen hier, wo ich vielleicht nochmal nachfragen kann, ob die vielleicht Bock haben, was Neues zu machen, was in diesem Neuland schön Quatsch zu machen, eigentlich gar kein Quatsch, sondern auf jeden Fall etwas, was wahrscheinlich einen größeren Sinn hat für viele als das, was sie mit dem Sponsoring machen. Also ich glaube, das Beispiel war dann auch, dass die Reichweite, die vielleicht bei einem StarCraft-Turnier kommt, wahrscheinlich erfolgversprechender ist als auf einem Fußballtrikot hier irgendwie was zu sponsern oder so. Aber wer weiß, ich werde es auf jeden Fall versuchen, damit wir die Replay-Liga auch ordentlich noch ein bisschen boosten können. Aber für heute war es das erstmal. Heute werde ich nichts mehr rausschicken, heute gehe ich einfach nur noch ins Bett. Und deswegen wünsche ich euch eine gute Nacht, einen guten Start in den Mittwoch. Haut rein! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017